Willkommen bei Echo. Wir starten jetzt hier ganz entspannt rein und gucken mal was so alles abgeht. Oh Gott, Tastatur ganz weit weg. So. Also. Als erstes werden wir den hier machen. Dann mähen wir da jetzt erstmal. So. 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 Oh, verdammt. Landwirtschaftssimulator in Billig. Landwirtschaftssimulator in Billig. Landwirtschaftssimulator in Billig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, nein. Best. So. 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 Oh god. So. 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 Mmh, mmh, mmh. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach, ja. Und ich muss noch Nägel anfertigen. Okay. 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 Okay, guck mal, kann man hier, oder? Nee. Hä? Wieso funktioniert das nicht? Wieso? 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 Oh. Okay. Das dürfte passen. Na, das wird... Okay. Das dürfte passen. So. Was kann ich denn hier noch einsammeln? Die, die... Mehr geht nicht, okay. Kann ich hier noch Holz holen? Ah. Holen wir noch mal eben Nägel. Nägel? So. Oh. Okay. Dann gucken wir hier oben. So. Dann kann ich mal die Planung zeigen. Weil ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen. Zaun. Okay. Okay. Zweiten Stapel. Moin. Moin. Cremblunt. Und... Wir spielen ein wenig Echo. Und ich fange jetzt gerade an... Äh... ein Fabrikgelände zu bauen. Zumindest versuche ich es. Ich würde es zwar gerne mit Beton bauen, aber... den haben wir noch nicht... verfügbar. Ja. Weswegen ich jetzt erstmal einfach nur mit Holz baue. Und ich dachte, das dürfte ganz cool sein, wenn... wenn man hier das so ein bisschen einsperrt. Dann ist hier der Eingang. Dann kann man hier seitlich noch hinter das Lager laufen. Hier wollte ich eine Mauer setzen. Also auch wieder sowas hier. Und dann, dass man hier runterfahren kann in den... äh... in die Eisenmine. Und da wollte ich mir dann einen Fahrstuhl holen. Und danke auf jeden Fall für den Foll... Oh Gott. Für den Follow. Freut mich, dass du am Start bist. Mal gucken... Was... Wie... Was wir für einen Fahrstuhl brauchen. Alright... Er... also wir brauchen aber alles so was brauchen wir denn Metallplatten 6 plus 16 sind 22 danke für die Follow-Dart Hexe 16 22 so oder brauche ich hier noch welche nee ja also das dauert hier alles sehr lange das coole ist aber finde ich wenn man es aktiviert hat wir haben hier einige Einstellungen geändert damit es halt ein bisschen einfacher ist weil sonst ist es eigentlich Voraussetzung für ganz viele haben wir hier Einstellungen halt einfacher gestellt und die Möglichkeit integriert dass man schlafen gehen kann wodurch man die Zeit beschleunigen kann was sehr nice ist so und ich warte jetzt eigentlich nur dass das Mehl fertig wird weil ich unbedingt so äh Brot backen muss haben wir hier schon ein Dampflastwagen Dampf okay dann gucken wir mal eben in den Dampflastwagen damit ich das rüberziehen kann äh wir haben auch zum Beispiel die Reichweite für ähm viele Sachen erhöht dass man nicht mehr so nah dran bauen muss sondern man kann da ein bisschen Entfernung dazwischen setzen was dann zwischenzeitlich für äh Verwirrung sorgt aber das funktioniert eigentlich ganz gut dann kann man zum Beispiel hier direkt auf den Eisschrank zugreifen ähm also ja das ist mein eigener Server ähm Manni spielt hier noch mit die ist nur heute äh streamt heute nur nicht aber sonst äh äh ja spielt sie noch mit und ups 70 ja machen wir erstmal 75 äh 75 genau ähm Manni spielt noch mit und das ist äh so gesehen privater Server und ähm genau war wir hatten äh was weiß ich warum hatten wir uns über Echo Air unterhalten die ganze Zeit und äh dann ist das Ganze hier entstanden dass wir dann einfach zusammen streamen und das dann so ein bisschen spielen weil wir das glaube ich beide zwar viel gespielt haben aber seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt haben und deswegen bleibt das jetzt hier und äh freut mich dass du über TikTok hierher gekommen bist äh das war so die Idee dahinter auch mal andere Spiele kennenzulernen weil ich finde das fehlt so einigermaßen dass man so ein bisschen Fortschritt über Shorts mitkriegt also sonst ist immer nur irgendwie Erklärung von Sachen aber nicht hey heute habe ich das gemacht so in der Art ja aber ist auch nur so ein äh Interessending warum funktioniert das nicht wow jetzt funktioniert es zurück ein bisschen schlafen hast du denn schon mal Echo gespielt das ist eine sehr wichtige Frage Oh hör mir auf mit tiefgründig das ähm kann ich dir mal eben zeigen also die Idee ist es dass du nach und nach den Technologiebaum freischaltest und wir sind jetzt hier Anfang Stufe 3 ich bin jetzt gerade dabei äh die erweiterte Schmelze zu machen fortgeschrittenes Schmelzen damit wir hier in diese Sachen einsteigen können so Stufe 3 und 4 gibt es noch äh man sieht hier es gibt einzelne Maschinen dann wieder die du brauchst damit du irgendwann hier weiter kommst ähm es gibt sogenannte Berufe hier du kannst alles mögliche lernen und dann da drinnen besser werden und 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 Sachen machen ähm normalerweise ist es eigentlich so vorgesehen dass du äh auf dem Server mit keine Ahnung 100 Leuten bist ich weiß nicht wie viele funktionieren aber auf dem großen Server bist und jeder hat dann so ein zwei Berufe die er ausübt und zum Beispiel jemand interessiert sich fürs Bäumefällen also macht er ganz viele Bäumefällen und macht dann noch den Tischler dazu oder den Schreiner und so geht das dann immer weiter wir haben jetzt hier unsere Erfahrungen auf jeden Fall erhöht damit man halt mehr Sachen lernen kann und sich das einfach mal angucken kann wie gut das ganze läuft und dass man halt Fortschritt hat aber du musst auch noch Sachen herstellen damit du Fertigkeits Bücher bekommst und der normale Forschungstisch ist noch relativ einfach aber du musst halt verschiedenste Materialien herstellen damit du ein einziges Forschungspapier herstellen kannst was du dann brauchst um zum Beispiel hier das Töpferhandwerk herzustellen da braucht man zwei verschiedene Arten von Geologie die man erforschen kann und dann kannst du den Bereich erst erforschen es geht aber noch heftiger hier brauchst du dann bedeutend mehr Sachen bedeutend komplizierter nehmen wir hier zum Beispiel Ingenieurswesen modernes Forschungspapier dann muss man diese ganzen Sachen herstellen nur damit man ein Forschungspapier bekommt und wir brauchen fünf Stück also ja haust du da ordentlich rein ja aber ich muss dazu sagen wie können wir hier eben gucken ich bin jetzt bei 180 Stunden Spielzeit jetzt nicht unbedingt nur auf dem Server da hier habe ich vielleicht 40 oder 50 so um den Dreh eher 40 aber du kannst da Zeit reinhauen auch im Single Player du kannst das komplett alleine spielen was ich nice finde das ist dann halt sehr es artet fast in Arbeit aus würde ich sagen es ist sehr viel aber das macht echt Spaß und was halt ein großer Punkt ist hier auch noch in Echo ist der Punkt mit der Verschmutzung zum Beispiel hier läuft jetzt aktuell mein Generator und dieser Bereich hier ist jetzt aktuell verschmutzt und hier ist es halt je heller der Punkt desto schlimmer ist die Luftverschmutzung und es gibt dann auch noch Bodenverschmutzung wenn du vergisst Sachen mitzunehmen kann das hier sein dass hier Trümmer entstehen dann siehst du wo Spieleraktivitäten waren was dann Tiere verschrecken könnte kann ich auf jeden Fall empfehlen auch server mäßig du kannst glaube ich auch lokales Multiplayer machen bin ich mir aber sehr unsicher aber du kannst hier sehr viel machen und wie in Minecraft ist dir die Kreativität freien freien Lauf gelassen was dir aber passieren kann ist zum Beispiel wenn du zu viele Sachen desselben Typs zum Beispiel tötest kann es passieren dass du zum Beispiel eine Rasse ausrottest wenn du dich wirklich blöd angestellt hast ausrottest 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 ja genau also das ist sehr sehr nahe dem echten leben nach empfunden soll ich jetzt mal was ich super cool finde ja auf jeden fall also es kann auch passieren kann ich mal eben die welt kann also die weltkarte bietet auch so krass viel wenn man jetzt hier auf pflanzen bevölkerung geht und dann rote beete so hier gibt es noch so ein paar pflänzchen aber es kann es halt passieren wenn du die gesamte rote beete abgebaut hast und keine samen hergestellt hast oder die samen verschimmelt sind dass du nie wieder an rote beete kommst also du kannst nicht nur tiere ausrotten wenn du die zu viel jagst sondern auch pflanzen komplett ausrotten und was halt auch passieren kann ist was ich auch cool finde du musst hier wirklich auf deine umwelt achten das heißt du solltest vielleicht dann doch nicht die ganze zeit zu viel mit den dampfmotoren hier arbeiten weil die produzieren co2 und können dann das wasser verschmutzen und die umgebung dann kann es halt passieren wenn du so heftig unterwegs bist dass sich die temperatur des planeten erhöht dadurch die meeresspiegel steigen aber hier in der umgebung auch keine pflanzen mehr wachsen weil du siehst hier ist jetzt das wasser braun geworden normalerweise ist das blau und durchsichtig aber weil der hier läuft ist es jetzt braun und hier auch der boden ist halt so fleckig geworden normalerweise sieht er so aus also kannst hier sehr viel kack bauen und du kannst sehr viel kack bauen also du kannst auch so ein sehr hübsches gebäude hierhin pflanzen was aktuell unser sägewerk ist oder hier oben das habe ich jetzt nicht weiter gemacht aber hier haben wir zum beispiel ein feld was man mit dem traktor bearbeiten kann den man dann irgendwann später freischaltet und ja das spiel bietet dir sehr viel was zu machen und wie gesagt kannst halt hier zeit rein versammeln das ist unglaublich wenn du dann auch noch zu zweit spielst und so aufgaben teilung machst das macht sogar noch mehr spaß dass du dann wirklich sagen kannst okay hey du kümmerst dich jetzt um alles was mit stein zu tun hat oder so oder du kümmerst dich um alles was mit holz zu tun hat irgendjemand kümmert sich dann noch um nahrung oder beide oder 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 also du kannst da wirklich richtig rollen verteilen was ich halt empfehlen würde ist auf jeden fall sich eine anleitung durchzulesen oder ein video zu gucken wie man den das spiel richtig konfiguriert oder den server einrichtet weil es da sich sachen gibt die noch dazu kommen aber du kannst halt echo so weit anpassen wie du eigentlich möchtest es gibt für alles eine konfiguration was irgendwie das gameplay betrifft sei es von das tragegewicht einzelner gegenstände wie kann man das kann ich mal eben zeigen normalerweise kannst du nur das war falsch normalerweise kannst du nur 20 von diesen blöcken tragen und wir können jetzt von 40 tragen einfach nur weil das holz fällen dann einfacher ist und dann haben wir noch ein bisschen das gewicht reduziert damit hier mehr reinpassen einfach damit das ein bisschen mehr spaß macht ein bisschen mehr in dem flow ist weil sonst hattest du echt probleme dass du alle drei meter sachen abladen musstest wieder rausholen sachen abladen und wieder rausholen und und also du kannst wirklich so genau definieren wie das spiel für dich am meisten spaß macht aber ich glaube aktuell bist du auch im single player gefragt wie du spielen möchtest und dann kannst du da auch sachen einstellen und die sachen sind halt haargenau beschrieben und ich glaube moment das können wir eben gucken wenn du unter ich glaube werkzeuge gehst bei sti und echo eingibst dann findest du hier den echo server ich weiß aber nicht genau wie der funktioniert aber den kannst du dann auch installieren und dann können du und deine frau einfach auf einem pc spielen also auf einem pc läuft der server und beide spielen dann im selben game ich weiß nur nicht ob das auch funktioniert wenn du im single player unterwegs bist dass dir dann jemand join kann das kann ich jetzt aktuell nicht sagen aber da gibt es sicher irgendwelche videos und anleitungen für wie eigentlich für alles achja und was ich auch cool finde ist es gibt raumstufen das heißt du musst dafür sorgen dass der raum in dem gewisse sachen stehen einen gewissen standard erfüllen das heißt das hier ist zum beispiel ein t2 raum weil das hier alles materialien der technik stufe 2 sind wenn man dann in diesem raum hier steht müsste der einen schlechteren wert haben was ich aber aktuell nicht prüfen kann weil die wände und die decke halt hier t1 ist und so kann es dann auch passieren dass plötzlich deine maschine nicht mehr funktioniert weil die umgebung zu schlecht für die maschine aussieht blöd gesagt irgendwas backt hier rum ja ich wollte mal eben gucken so was ist ach verdammt jetzt ist hier der generator angesprungen und der versorgt jetzt hier die umgebung wie irgendein gegenstand backt gerade hier hart rum wenn ich in die richtung gucke habe ich noch elf zehn ist schlimmer welche richtung muss ich ich glaube ich lade mal das spiel neu ja und es kommen dankeschön das freut mich ja also man muss ja auch spaß an dem spiel haben und dann ist es natürlich relativ einfach sachen zu erklären wenn es einem natürlich auch freude macht aber wie man hier sieht es kommen andauernd hot fixes und es kommen auch relativ große updates die dann nochmal änderungen mit reinbringen und das ist wirklich gefühlt alle nase lang kommen updates rein was richtig richtig nice ist und es gibt meiner meinung auch community voting da bin ich mir aber unsicher aber das geht hier halt wirklich wirklich du kannst durch die jahre durch scrollen und irgendwie alle paar monate kommt riesengroßes update raus was richtig nice ist sieht echo aus wieso hast du in der richtung so fps so was ist in der richtung beim letzten mal als mir das passiert ist ähm ist irgendwo ein stein oder stein durch die gegend gebackt beziehungsweise irgendwas anderes also das ist zwischendurch mal ach du kacke ach du kacke hm ähm ja normalerweise fällt sich das spiel nicht so normalerweise habe ich 112 fps oder ist es der traktor oder ist es der traktor da sind ich glaube ich starte gleich mal dazu ok Ich warte jetzt noch, bis das Brot fällig ist und dann, ähm, naja, ich glaube, ich starte. Ich starte mal eben den Server neu. Oh ja, der hat auch ordentlich Spikes drin. Also das ist jetzt das erste Mal, dass das so krass ist. Sonst läuft das sehr performant und durchgängig. Und ja, es gibt hier auch offizielle Echo-Server. Aber wie du siehst, hier sind aktuell 46 Leute online. Äh, ich würde jetzt nein sagen. Ich weiß nur nicht, haben die Systemvoraussetzung. Das ist immer bei Steam so ein bisschen problematisch, dass ich nicht weiß. Also, Minimum ein AMD Ryzen 5 1500 X Quad Core oder ein Intel i5 6500 Quad Core. 8 GB RAM oder, äh, 8 GB RAM und eine AMD Radeon R9 290 oder eine GTX 960. Da weiß ich aber nicht, von wann die, dieser Eintrag ist. So, aber, das ist noch in der aktuellen Wiki drin. Ja, gefühlt seit ewig und drei Tagen. Also, seitdem ich denken kann, würde ich sagen. Aber, beziehungsweise, seitdem ich das Spiel kenne. So, und jetzt sind wir wieder bei 112 FPS. Das muss irgendwas gewesen sein. So, was fehlt denn hier? Der Motor. So, und hier brauchen wir noch Zahnräder. Äh, Moment. Wie viele? Kolben, vier. Noch vier Zahnräder. Dann brauchen wir zwei Getriebe. Nochmal vier. Und dann... Ja, aber was ich cool finde, ist, dass du einzelne Sachen beauftragen kannst. Du stopfst da Arbeit rein. Und halt, du kannst auch, ähm, das ist sehr community orientiert. Das heißt, du kannst hier auch Auftragsbretter machen. Und, und, und. Äh, jetzt habe ich vergessen. Ah, jetzt ist es wieder aufgetaucht. Okay. Getriebe kriegen wir tragbar. Bauholz bringe ich ran. Zwei Zellulose. Eins. Verdammt. Ja. Weil Money nicht online ist, muss ich jetzt Schneiderei lernen. So. Das war's für heute. Äh, wo konnte ich denn den Fahrstuhl-Dingswumms-Ruf-Knopf bauen? Gott, komisches Bison. Nee, der Knöbel war nicht hier. Auch nicht hier. Ah! Ah! Boah, dann gehst du am besten einmal auf Discord. Das starte ich gerade im Hintergrund. Weil da muss ich jetzt auch gucken. Hey, ich hatte doch den Kahlbot angepasst. Und dann im Foundry. Da müsstest du eigentlich... Oder habe ich hier einen Nachrichtenverlauf? Moment. Oh, verdammt. In Foundry rein. In den Ordner. Und hier habe ich den Stack-Multiplier drinne. Und nochmal eben erklärt, wie du... ...das dann hinzufügst. Weil ich das wahrscheinlich demnächst auch selbst wieder vergessen hätte. War ich nicht mit dem... Doch, ich war mit dem Lastwagen hier. Bitte, bitte. Warum mim, ich bin jetzt nicht so cool. Na, ich bin jetzt hin. Na, ich bin jetzt nicht so viele LEDs zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt zu See what Serie. ig of an mir aufstation. nappend plädte kraftart sprengstoff oh god branch updates heiho was geht woher kommt das denn das wird hier nicht angezeigt nice das explosive update cool so funny es ist ein wenig was passiert wir haben den träger und wir hatten mal ein feld ich habe es abgeerntet und wir brauchen irgendwo waren jedoch wo hat er das hingeladen auch hier fahrstuhlknopf ja ja lkw aber sonst habe ich noch nicht so viel gemacht lkw 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 ja auf jeden fall deswegen fangen wir damit jetzt gerade an lkw aber erstmal nur klein lkw 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 Okay, also ich will diesen Zaun hier noch weiterbauen. So, funktioniert das? Oh, ist das riesig, das Teil. Wie groß ist denn das? Drei mal vier. Okay. Okay. Oh. Äh. So. Ja. Nice. Okay. Äh. Überhaupt kein Problem, das habe ich gern gemacht. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und komm gerne vorbei. Äh, wir spielen alles mögliche, worauf ich Lust habe. Und, äh, schönen Abend hier und bye-bye. Bye-bye. Oh. Oh. So. So. Halt dich fest, das sind Gronkh-Kopfhörer. Ne, die äh, trage ich schon die ganze Zeit, seit, äh, dem ich angefangen habe zu streamen. Die habe ich mal jetzt ohne Flux im Gronkh-Stream gewonnen. Das sind Teufel-Cage-Kopfhörer. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott So, auf welche Höhe messen wir denn 54? So Und dann können wir nach oben kracken, den Fahrstuhl setzen und nach unten fahren Ach so, auf welche Höhe messen wir denn? So, auf welche Höhe messen wir denn? So, auf welche Höhe messen wir denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, diese Budelei ist nervig. So, oh Gott. So. Du musst das... Den... Mod einmal laden. Und dann in die Config gehen. Also da müsstest du vielleicht nochmal in die Beschreibung des Mods reingucken. Aber es gab eigentlich seit der Mod-Erstellung kein Update mehr. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So Ah, Moment Lass mich eben nach oben Ich will einmal eben den Fahrstuhl setzen Oh Oh, nice Okay Äh So Wenn du Foundry und dann verwalten, lokale Dateien durchsuchen gehst Öffnet sich das Foundry Verzeichnis Und hier oben müsste sich ein Config Ordner erstellt haben Und hier findest du die INI Und die musst du anpassen Das hatte ich vergessen da reinzupacken Das sollte ich nochmal machen Aber hier kannst du den Stack Multiplier erhöhen Der steht standardgemäß eigentlich auf 1 Ich hab den auf 3-fach gesetzt Da müsstest du einmal nachgucken Und ich glaube, du musst dir auch noch die Mod Unfoundry runterladen Aber die ist, glaube ich, bei jedem Mod Pack dabei Also das sollte eigentlich passen Nee, ich hab, ich mach sowas eigentlich immer händisch Mit dem Urkel Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Oh Das hört sich nice an Aber Ich warte jetzt auf das nächste Update von Äh, Foundry auf jeden Fall So Oh 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 Hehe Configurator Okay Das Das Muss ich mir dann nochmal angucken So So Aber Was Das war's für heute. So. So, das will ich natürlich noch durch andere Mauerelemente ersetzen, aber das soll dann der Fahrstuhl und der Anfang ähm Also, du hast ja die Zip-File runtergeladen, dann gehst du hier rechtsklick, verwalten und lokale Dateien durchsuchen. Hier müsste es einen Ordner geben, der heißt Mods und hier kopierst du einfach den Ordner rein. Und Unfoundry müsste in jedem Modpack drin sein, wenn man z.B. Oh, kann es sein, dass man den noch runterladen muss? Okay, den hast du auch so hier drinnen, ne? Mods und dann Stack Multiplayer Und dann müsstest du Foundry einmal starten und beenden und dann müsstest du einen Config-Ordner auch haben. Und dann könntest du auch noch mal sehen. Und dann müsstest du auch noch mal sehen. so das einzige was sein könnte wäre dass man den unfoundry noch holen muss alter das habe ich noch mal mit rein gepostet ok so dann machen wir hier weiter bis später übrigens so so und jetzt brauchen wir einen raum erzeugt sowie was braucht er es braucht wasser akzeptiert brennstoff oh holy okay also dann müssen wir jetzt leider wasserrohr ziehen oh gott das wird nervig okay wir haben davon ganz viele dann bauen wir da einfach mal 100 von oder ja 100 sollten ja reichen und dann hauen wir uns einmal ins bett damit das schnellstmöglich fertig ist ich hätte mit dem traktor herfahren sollen äh mit dem dingstens herfahren sollen verdammt und wir holen uns mal neues brot den braut fördert unsere disziplinarischen erweiterungen die wir hier durchführen und ja ach ja äh money ich habe ein bisschen mehl hergestellt reichen über 1000 mehl und ich habe sie losgebaut und die strompfosten und gestern knappe drei stunden sinnlos ähm sachen gemacht die völlig sinnbefreit waren und das muss ich dazu sagen am ende war es so hart frustrierend dass ja ähm ähm soo Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das macht so viel Laune und es fördert absolut meine Moral und ich hab sehr viel Lust dazu. Ein Kanal, ach Gott. Also Kanal arbeiten. Oh. So. Okay. Show. Oh. 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 Not today. Not today. Sooooo Oh Oh. Oh. Okay. Okay, damit müssen wir ein bisschen ans Wasser ran. Oh. 30 Stück verbraten. Oh, ich hoffe, das reicht. Das wäre so nervig, wenn uns dann irgendwie 3 fehlen. Und dann doch. Und dann doch. Oh, ich hoffe, das wäre so nervig. So. 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 Gott! 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 Dann müssen wir hier noch etwas anderes bauen. Okay, hier muss dann einfach... Okay, ja... Hey! Oh! So... Okay, und dann... Straße bellen! Damit haben wir aber jetzt schon mal die Wasserverbindung. Oh! Okay. Habe ich die noch irgendwo? Oh! Oh! Okay, wir brauchen Wasser... Wasserausgang. Okay, wir brauchen... Okay, wir brauchen... Okay, wir brauchen... Okay, wir brauchen... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir sollten uns aber um das Abwasserproblemchen kümmern. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Oh, der kommt dann erst später. Okay. Okay. So. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, warte. Also, dein... Dein Foundry Mods Ordner muss dann diese beiden Ordner drin haben. Spielst du auf dem Server? Okay, dann müsste der Config Ordner eigentlich auftauchen. Wenn du Foundry einmal gestartet hast. Es kann auch sein, dass du noch ein Spiel starten musst oder so. Das war's für heute. 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 Oh! Das war's für heute. Oh! fell's für heute. Battumpen. Das war's für heute. Dad asked. Okay. Oh, noch eins. Okay. Nice. So. Oh. Okay. 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 Oh Gott. So. Die ersten Schritte zur Industrialisierung sind geschafft. Nice. Okay. 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 Dann donnern wir weiter. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay, wie stelle ich Keramik her? Hello? So. Badewanne war's nicht. Äh... Ton-Ding ins Kirchen? Keramik. Silikot brauchen wir. Lehm und Sand. Okay. Dann gucken wir doch mal. Also, wir brauchen Sand, Silikat und... Ah, guck mal hier. Okay, dann besorge ich mir jetzt... Oh, das hier könnte ich noch zum Schiffswerft. Und dann beginnt die Umweltverschmutzung. So, was brauchen wir noch? Ah, wir müssen gleich mal... Das können wir alles rausschmeißen. Dann besorgen wir Sand, Lehm und Silikate. Das heißt, irgendwas mit Granit oder so. Oh. Speicher! Es wird alles nach und nach gefüllt. Ah. Ah. So, habe ich hier noch irgendwas Geschriddertes? So, habe ich hier noch was. Hä? Nee, nicht Dampftraktor. Dampf, 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 Dampf. Dampflastwagen. So. So, dann pennen wir eben eine Runde. So. 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 was ist das denn. So. Dees. Nice. Oh. Okay. Oh. Dann bringen wir erstmal Sachen weg. Oh, hier können wir erstmal was abladen. So, wir können noch Brand, wir brauchen ja Brandkalk bis zum Gehtnichtmehr, dann knallen wir das noch weg. 100. 50 Minuten? Okay. Dann schlafen wir nochmal eine Runde. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Um die Dekadenz unseres Servers zu symbolisieren. Was hältst du davon? Nein! Verdammt. Ja, ich kann eine Fabrikstufe 2 bauen. Und das kann ich dir gleich einmal zeigen. Also, nochmal. Du gehst hier auf Verwaltung, lokale Dateien durchsuchen. Und nachdem du Foundry einmal gestartet und geschlossen hast, müsstest du einen Config-Ordner in deinem Hauptverzeichnis von Foundry haben. Ist dem so. Tadadada. Tadadada. Zeig mir die Luftverschmutzung, auf die wir hier ewig und drei Tage... Da startet sie. Wir stellen Brandkalk her. Oh, yeah. Ja. Nice. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sure. We're in events of a baby Not of our kind Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Speicher. Alles klein machen. Und dann gucken wir mal hier in den Dampflastwagen rein. So. Nice. Also 72. Ah. Lass uns mit der Umweltverschmutzung beginnen. Ja, ich freue mich. So. Und damit kriegen wir auch giftigen Schlacke. Ja, dann gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Oh ja. Oh. Oh ja. Oh. Und am Ende lassen wir einfach per Command den Meteor reinkrachen. Und dann ist es vorbei. Also ich finde, das ist eigentlich das perfekte Finale. Einfach den Server. Okay. Wir haben jetzt durchgespielt. Wir lassen den Kometen drauf krachen. Und dann einfach Stream aus. Sieben Minuten. Das ist nice. Ja, ich muss mir noch eine 2,5 Gig Netzwerkkarte für meine zwei PCs holen. Und noch einen Switch dafür brauche ich nicht. Den habe ich schon. Schmutz. Ja. Ich will von Netzwerkspeicher zu PS. Wenn ich jetzt sehe, diese Datenübertragung haben. Einfach nur, weil ich es kann. Loll. Ein Zwillingsbaum. Loll. Ein Zwillingsbaum. Oh, wir brauchen mehr Kohle. So kann ich auch. Ja, also würde ich ein direktes Netzwerkkabel werfen, würde ich das auch hinkriegen. Habe ich nur keine Lust zu. Weil ich habe hier richtig schön Gabelkanal an den Wänden, Decken und so weiter. Da, aber meine Netzwerkkarten kriegen das nicht hin. So, habe ich noch irgendwo Kohle. Brennofen. Dampftraktor. Okay. Ja. Also das Gute ist, äh, meinem Storage, äh, der ist per, äh, NVMe-Cache angebunden, das heißt, äh, die Speicherübertragung sollte, äh, topnotch sein. Aber aktuell wäre das eigentlich nur nice to have und nix weiteres. Und deswegen mache ich das noch nicht. Oh. Hier, oh Gott. Speicherrohr, okay. 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 wirst du erst mal reichen, fertig aus. Ja. Ja, also intern sind die natürlich nach wie vor bedeutend schneller, aber für gewisse Datentransfer wäre das nice, weil dann mein PC nicht die ganze Zeit immer so lange laufen müsste. Zerkleinerte Schlacke, was kann ich denn mit der machen? Wird genutzt in Stahlbeton. Geil, ich kann die Schlacke verarbeiten. 19. 20. 20. 30. 20. 20. 23. 23. 23. Vielen Dank. Das wird jetzt verarbeitet. Das ist schön. Oh, und... Kinder, ihr müsst jetzt bitte weggucken. Wir gehen jetzt nicht auf Jagd. Nee, den darf ich nicht. Das schrei. In seiner natürlichen Welt ist ich allein unterwegs und er hat keine natürlichen Feinde bis auf mich. Was brauchen wir noch? Füchse habe ich ein paar mehr gesehen. Oh Gott, er ist zu schnell. Ach, geht doch. Äh, tü-tü-tü. Sie haben nichts gesehen. Bison. Bison. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ja, also reichen tut es auf jeden Fall. Es wäre halt wirklich nur... Äh, nice to have. Also auf einem sinnfreien Level wie das Motorrad zum Beispiel. Davon habe ich auch ein paar gesehen. Äh, wo ist der hin? Verdammt. Verdammt. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü ja das könnte ich natürlich auch tun aber ich glaube da würde ich eher auf die verkabelung die ich bei mir hier habe ist zehn gigabit das heißt ich könnte mir auch eine zehn gigabit Kupferleitung holen und ja das Problem dabei ist ja wirklich einfach nur die Hardcore Kosten der Karten was kostet denn eine 100 gigabit Karte und gucken wir doch einfach mal stumpf bei Amazon Okay sowas findest du bei Amazon natürlich nicht aber du findest den Standard 10 Gigabit Portslot ja nee das ist ein bisschen over ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, eine Seite und dann brauche ich ja noch den passenden Switch dafür und einen Wandler, damit ich da auch die NAS dran anschließen kann und die Fritzbox. Also muss ich mir dann noch einen 10 Gigabit Switch mit SFP-Port holen. Aber sollte ich jemals eine neue Wohnung mir holen und da sowas in der Art einbauen wollen, gehe ich glaube ich wirklich straight up auf Glasfaser. Aber das Verkabeln von den normalen Anschlüssen hier, das war so nervig, weil du halt am Ende irgendwie, wenn du sieben Kabel oder acht Kabel hast, du hast da so einen Tampen an Kabeln. Und mit den Glasfaseranschlüssen hättest du halt wirklich irgendwie sowas, was du verlegen müsstest. Also easy. Und ich glaube mit den King Jacks, waren das King Jacks? Ah, mit den Keystone. Keystone war's. So, und die kannst du ja easy verbauen. Naja, das ist kein Problem mit den Löchern bohren. Und Doch. Aber ich würde jetzt vorkonvektionierte Kabel nehmen. Ich fange doch nicht an hier zu splicen. Da hätt ich ja hinten und vorne keine Lust drauf. Also das Glasfaser hab ich bei mir hier auch vom von der Haustür bis in den Netzwerkschrank gelegt. Und dann bin ich auch durch Wände durchgegangen. War aber relativ einfach. Da brauchst du echt nur so ein so ein Mini-Loch bohren. Also das Loch musste halt dicker sein. So dick sein wie der Stecker. Das war's. Also das ging super klar. Ja, nee. Splicen will ich nicht. Das dreht mich schon auf bei unserem auf der Arbeit. Das will ich nicht noch privat haben, dass du da Ja, da muss noch ein Netzwerkkabel gelegt werden. Okay, machen wir. Da muss aber noch mit Glasfaser. Okay. Wird gemacht. Dienstleister. Ja, das dauert ein bisschen länger. Das Kabel ist alt. Und dann So. Jetzt aber Okay, also Wir ballern jetzt Stahl durch. Ich habe so viel hergestellt Dass wir 228 Stahlblöcke herstellen können. Geil. Wir kriegen Stahl Und zwar aus diesem lächerlichen Haus Wir werden hier die komplette Umgebung verseuchen, aber das ist es mir wert. Ah, okay. Okay, ich bin Mit einem Steinbohrer durch die Wand durchgegangen. Keine Ahnung, welche Größe das hat. Das hat am Ende einfach hier passt. Dann schön Kabelkanäle verlegt, die nicht ganz so hübsch aussehen, aber Sie sind funktional. Also das nächste Mal, ich habe mit dem Elektriker von Arbeit gesprochen. Ich werde, wenn ich mir jemals eine neue Wohnung oder sowas hole, werde ich mit dem Vermieter ausmachen, dass ich schlitzen kann. Ich kann noch mehr als ein Zehner bohren. Ich habe keine Ahnung, was für ein Bohrer ich hatte. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Ja, mit dem wäre das wahrscheinlich einfacher gegangen. Definitiv. Also mit dem wäre es bedeutend einfacher wahrscheinlich gegangen. Also so groß war er doch nicht. Bei mir war er das Problem mit der Länge, weil bei mir sind die Bände so dick. Und dann bin ich auch mit dem Bände. Ich bin ein. 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 Oh 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 So Und Ja Du musst da ja aber auch durch Stahlbeton durchkommen Also das kann ich dann schon verstehen Dass das ein bisschen Mehr ist Und teurer halt ist Oh Ja 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 Was anderes kann man da nicht sagen als ja So Dann holen wir jetzt eben noch Leather Frage ist ob ich genügend Die Torbe Speicher 14 Stück Hm Nice Nice No So So Wir brauchen eine Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Okay das passt Zwei 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 Oh Zwei 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 Hier war der Baukunst. So. So, Stahl holen. Ja, das ist, ähm, mit dem Firma Lead dann ein wenig schwieriger. Und die machen so eine gute Balance dazwischen, sodass du dann doch konstant noch Firma Lead erhältst. Oh, nice. Also kommst du jetzt auch in die letzte, ah, du bist schon in der letzten Forschungsregion, oder? Uh, ding, 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 ding. Oh, nice. Ah, jetzt fehlen uns noch 5, äh, 10 Stahl. Okay. Das übel, oder? Wie viel du da am Ende benötigst. Oh. 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 2.000. Ich dachte, das wäre eine unendliche Forschung, oder? Oh. 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 Vor. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich war der Meinung, dass du das unendlich forschen kannst. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich habe das ja seit Ewigkeit nicht mehr laufen gehabt. Müsste ich eigentlich mal wieder starten. Wie viele Firma Leadstangen hast du bis jetzt hergestellt? Ja, ich habe das ja schon gehört. 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 Oh, Moment. Oh, Moment. Mal gucken wie viel ich habe und eigentlich müsste ich nochmal irgendwie eine Mineralader anschließen, damit es einfach jetzt im Hintergrund weiterlaufen würde. Ich bin gespannt bei wie viel ich bin. Ja, oh, der D-Sync ist hart. So. So. Läuft würde ich sagen. 3,5 Millionen. Kann man nicht mehr hören. Fast 60.000... 60.000 verkaufte Drohnen. Und ja, ich muss auf jeden Fall hier so ein Dingsons anschließen. Entweder die Erzader oder... Äh, ja... Keine in der Nähe. Ja, dann... Würde ich sagen... Die hier hinten müsste ich auf jeden Fall eigentlich mal anschließen. Dass die Produktion hier definitiv weiterläuft. Weil ich aktuell fehlt mir hier glaube ich einfach nur Glas. Was? 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 Die hai. Ich hab schon mal gesagt. Was? 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 Was ist mir auch immer gesagt. So? Was? Is? ja also man muss auch dazu sagen bei mir läuft das ja alles konstant auf dem server der jetzt die ganze zeit einfach sinnlos weitergelaufen ist weswegen der halt ein komplettes wie heißt es gleich noch ein komplettes mineral gestein in glas verarbeitet hat nur für die köpfe von robotern so was fehlt denn jetzt noch dem verbrennungsmotor ach niden ich brauche noch niden ok und niden kriege ich oben bei der stahl produktion nee die firma liedstangen werden oben in der weltraumstation gebunkert so so you wanna gaze into a mirror mirror in a diamond shape of your soul wanna hear music sounding like the roar of thunder Ja, also ich würde jetzt eigentlich anhalten mit allem und einfach die 166 Pakete drinnen lassen. Einfach nur random. Habe ich noch Stahl? Heaten benötigt Powerhammer. Also muss jetzt hier... Dann bauen wir hier... Gab es hier dann eigentlich Veränderungen? Okay. Also die Idee ist jetzt, hier ein Dingsens hinzubauen. Äh... Wie heißt der Mist? Äh... Äh... Reicht es aus, wenn ich einfach nur hier einen Powerhammer rein stelle? Obwohl der ist 3x3 groß. Das könnten wir einmal eben ausprobieren, ob der Vollbetrieb, also im Vollbetrieb sein muss oder einfach nur mit in dem Raum stehen muss. Das können wir einmal testen. Joa. Also ich habe einfach die Forschungszentren volllaufen lassen und dann haben die die Produktionseinheiten, die Crafter sich auch noch volllaufen lassen und schon hatte ich keine Ahnung wie viel in Reserve. Ist das 3x3? 4x3. Okay. Wow. Ach verdammt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, wir müssen weiter zurückfahren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. und funktioniert das jetzt please stahl das funktioniert jetzt und wir können auch bewährung stahl herstellen geil ich freue mir machen wir hier noch mal zehn bewährung stahl cool cool so wir haben nie nur bewährung stahl dann nehmen wir das noch mit und brandkalk dann nehmen wir die schlacke noch mit und für den den kalk noch aus das wird nice ich hoffe wir kriegen das mit dem beton hin auf die auf die ins produktionszeit alter mit stahl beton wo wir da gerade vorhin von gesprochen haben so das hier rein das hier rein das hier rein dann kriegen wir auch einen elektromotor und die könnten wir straight up da hinten anschließen so heiß so und hier konnten wir irgendwie schlacke zerkleinern über zehn oh ne elf elf minuten braucht das ok komm dann fahren wir eben nach unten und holen den rest der schlacke ab weil die können wir dann auch noch zu Sachen verarbeiten weil wir brauchen ja noch ein bisschen silikate bis zum So. So, damit kriegen wir Silikate. Oh. Wir brauchen Lehm. Verdammt. Verdammt. Okay, dann klauen wir noch zwei Rohre. Komm. Kein Kraftstoff in der Speicher. Okay, Sprecher. Kacke, ich habe den gesamten Lehm verbraten. So, wie viel Lehm... Also. Ich habe elf Stahlbeton. Ich brauche sechs. Ich brauche sechs. Die Lehm. Erde. Okay. Drei. Wir brauchen drei. Da. Ach. Wusse ich doch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und wir haben Verbrennungsmotor. Boah. Damit können wir auch schon viel umsetzen. Drei. Gut. Gut. Ich brauche das. Gut. Egal. Gut. dann gucken wir mal Alter, ist der riesig so Smog Ausgabe Wasser und Abwasser ok Leistung Stromnetz elektrisch erzeugt Strom verbraucht Kraftstoff Wasser und Abwasser also nächster Schritt ist elektronische Verarbeitung und Elektrik Das war's für heute. Oh, Stahlbeton. Ich will mir den Stahlbeton angucken. Wieso wird denn der nicht weiter produziert? Oh. Ich will den Stahlbeton angucken. Ich will den Stahlbeton angucken. So, wie sieht denn der Jute Stahlbeton aus? Oh. Straßensperren. Oh, nice. Ich will den Stahlbeton angucken. Flachdach. Oh. Ah, schön. Endlich, endlich sieht's gut aus. Was gibt es denn hier noch? Pisten. Oh, ich war's für heute. Oh. 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 Cool. Egal, wie sieht denn der Zaun aus? Geil. Oh. Egal, wie sieht denn der Zaun aus? Cool, damit bekommen wir jetzt nach und nach Stahlbeton. So, wie sieht der Boden aus? Okay. Okay, damit können wir dann die Gebäude damit bauen. Cool. 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 Aber das Teil müssen wir auf jeden Fall irgendwas mit der Produktion von, das passt hier perfekt hin, dann noch einen nach hinten, da setzen wir dann das Wasser hin, packen einen Schornstein oben drauf, ja cool, so, pflanzen wir hier nochmal ein paar Oh, es werden zwei auf einmal So, paar Bäumchen werden gepflanzt Dann Elektrik und dann will ich mal gucken, wie Wellblech aussieht So, das machen wir dann morgen Vorher bauen wir hier noch einen Wasserfilter rein Darf ich mal eben gucken, wie der gebaut wird Was wollen wir denn jetzt Ach, jetzt weiß ich was Waterfilter Boah, den bauen wir Wir brauchen noch einen Kolben und zwei Getriebe Okay Zwei Getriebe Anfertigen Vier Anfertigen Äh Und Einkolben Oh kacke, wir haben kein Rohr mehr Klauen wir das von hier Klauen wir das von hier Klauen wir das von hier Gehen wir eine Runde schlafen und dann gucken wir uns mal den Wasserfilter an. Wie sieht denn der Wasserfilter aus? Spächer. 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 So, hier war nix, aber hier, ja, ich weiß, dass das Stromnetz nicht funktioniert, hier war auch nix gut, dann, war das das Walzwerk, war es so Hardcore-File, ja, oh, dann brauchen wir wirklich Strom. Weil, das hier müssen wir ja eigentlich echt bauen, aber dafür brauchen wir noch diese Stanze, ach, das könnten wir dann morgen bauen mit dem Strom. Ist der auch elektrisch? Ah, und der braucht wirklich, benötigt einen Besitzer, um zu funktionieren? Ach Gott, das muss ich mir morgen mal angucken mit Besitzurkunden und so weiter. Dass man da vielleicht ein bisschen was macht. Ach, Gott. Ach, ach, ach. 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 Das war's. Das war's. So, dann starten wir jetzt nochmal die Brotbackproduktion. So, dann starten wir jetzt nochmal die Brotback. 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 So, dann holen wir uns hier nochmal eben 10. Und das kommt dann hier rein. So, wie viel? Ach du Scheiße. 250. Damit sollten wir erstmal ausreichend Brot herstellen. 200. 200. 200. 200. 200. 279. So. So, damit sollte für morgen sämtliche Nahrungsmittelproduktion vorhanden sein. So. Ja, aber für heute würde ich mich erstmal verabschieden. Ähm, das ist jetzt genau 22 Uhr, als ob ich das geplant hätte, aber ich würde jetzt nichts großartiges mehr anfangen. Morgen würde ich mir gerne die Elektronik angucken und mal gucken, was, verdammt, was Money vorhat, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen reingeht. Ich habe mir null Zuforschung angeguckt, ähm, nur einmal die verbesserte Schmelze und da könnte man dann jetzt mal gucken, ne, wir können jetzt Stahl produzieren. Das sollte auch irgendwelche Vorteile haben und dann gucken wir mal, was wir die Tage so machen werden. Aber wir sind echt sau vorangekommen. Ähm, wir haben die Stahlproduktion schon mal so ein bisschen gestartet. Es geht morgen definitiv weiter und wir haben Stahlbeton hergestellt. Das heißt, das ist auch schon richtig, richtig gut unterwegs. Und dann werden wir morgen hier den Kram auf jeden Fall umziehen. Und dann ordentlich mit der Stahlproduktion anfangen, beziehungsweise auch die Fabrik. Wir haben jetzt ein kleines Fabrikgebäude gebaut, aber ich will mit Wellblech bauen. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, aber, äh, für heute war es das dann erstmal. Ich, äh, guck mal, wann ich morgen wieder spielen werde. Ähm. Ja. Also, ne, ich guck nicht. Also, morgen 18 Uhr wird es eigentlich dann wieder weitergehen. Und ja. Mal kicken, was wir da so auf dem Schirm haben. Ich denke wirklich, dass wir dann mit der Elektronik weitermachen. Und dann, weiß ich gar nicht, wie geht es dann denn weiter. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir dann mit Öl oder hier wirklich Elektronik machen. Oder den Part hier. Also, vieles hiervon ist komplettes Neuland. Ähm. Vielleicht können wir auch irgendwie, äh, alle Zutaten so erstmal fürs Kochen oder Backen, dass man bessere Sachen herstellt als kiloweise Brot. Also, das hilft zwar ungemein, aber das hat halt nur Carbs. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Äh, gute Nacht. Und, äh, hi Drang, ich wollte gerade Tschüss sagen. Oder bin mitten dabei. Ja, das tut mir echt leid. Du hast ganz schön viel verpasst. Wir haben Stahl hergestellt. Und, ja. Morgen kann man dann ja mal eine Rundtour machen. Da kannst du mal bei Manni ordentlich gucken. Ich habe hier ordentlich gebaut. Und, äh, auch neue Werkzeuge hergestellt. Also, schlaft alle Mann gut. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Schönen Abend. Und, morgen gucken wir dann mal weiter. Und, ich hoffe, Manni wird sehr überrascht sein. Sie soll auf jeden Fall ihre Truhen durchgucken. Da sind ein paar Goodies drinne. Also. Tschöriö und auf Wiedersehen. Macht es gut. Gute Nacht. Schönen Abend euch. Und, ciao.